ich habe gestern was total abgedrehtes erlebt und zwar bin ich auf dem nachhauseweg so eine treppe runter gegangen und dabei bin ich so mit der hand auf dem handlauf lang und da habe ich in irgendwas klebriges gelangt und das war total eklig und dann auf dem weiteren weg da habe ich dann immer die hand weg gehalten weil ich wollte ja nicht meine kleidung schmutzig machen und als ich dann zu hause angekommen bin bei der haustür wusste ich erst gar nicht wie ich jetzt die haustür überhaupt aufmachen soll mit nur einer hand aber das ging dann doch irgendwie und dann bin ich natürlich gleich zum waschbecken gegangen und da kam überhaupt kein wasser raus das war total abgedreht